hallo und willkommen zur stadt der welt ja bis ich gesehen also der hat 67 1500 lebenspunkte und sohn und attack boost der hier auch drin steht part break ability ist aber auch erhöhen ihr seid schon so weit ja ich bleibe jetzt einfach in derselben rüstung ich hoffe das ist kein problem dachte ich mir auch habe ich jetzt auch gemacht ich habe keine boost items für euch keine permanenten also ich habe meine eigenen auf jeden fall also die erste hälfte der zeit werden wir opfern müssen um ihn zu spawnen je schneller wir schaffen desto mehr zeit haben wir zum kämpfen wir wissen den erstes war ein scherz ich kann mich nicht erinnern ich denke aber dass er direkt da sein wird aber ich habe nicht nachguckt in welchem gebiet ich glaube dass oben links also nordwestliches lager macht sinn oder er war da wo die große die große heilbiene ist keine ahnung man erst glaube ich immer an der gleichen stelle also der uralte waldschrad ach so das ist ja das macht ihn natürlich stärker nicht so wie bei menschen der uralte waldschrad der uralte waldschrad ich gucke jedenfalls zuerst in gebiet 8 ich sag's euch dann gucke ich mal dabei gebiet 5 und so fressen wir panzerhaut fressen wir dämonen mittel ich sehe nicht also ja keine ahnung ich gehe einfach ins gebiet 1 und guck kann man nicht vorstellen dass er sich oben aufhalten wird aber das ist ja nicht markiert kriegt er keine spuren oder so ich habe ihn auf stufe 4 und ich sehe nichts also wir haben aber die vollen 50 minuten also macht ihr keinen der maltos kommt jetzt ja freut mich kann ich schon sehen was er hat ich werde es in diesem höhlensystem bei der großen signal ich weiß nur gerade nicht zur hölle die ist ich gehe ich hier mal so rum rathalos beta plus dobre alpha plus rathalos seelen alpha plus drachen kam weil ich gar keine hilfe er hat fatales waffe okay die anscheinend habe ich heute nicht geschafft die anscheinend auch so ich habe ich habe ihn schmeißen stein auf ihn erst aber der felsen oben ist 12 gebiet 12 perfekter treffer aber seine waffe ist augmentiert also das würde ich mal ganz gut sein er sich gerade weg teleportiert von mir da passt also eine rotkehner mit ihr frisst das erledner schaden wurde reduziert erledner schaden wurde reduziert steht er gerade fünf mal in meinem er läuft mir hinterher er hat diese energie klinge bin eingewurzelt könnte immer verschwinden ja ok er teleportiert gerne durch die gegend oh mein gott ich sterbe ich bin da diese wurzeln machen so damage ich habe nur nicht gecheckt weil der trutzmantel halt davor gesorgt dass ich nicht weg alle ich habe meinen igne schon benutzt muss jetzt warten er benutzt es nicht einfach so ich glaube es gibt momente wo es sinnvoller ist ich weiß gerade noch nicht wie die ausschauen zum beispiel wenn so viel scheiße im weg ist ich hier ach so er habe ich jetzt eingebaut ok ja ich habe irgendwie endlich wieder als das zieht ihr einfach die hälfte des lebens auf anscheinend wie weicht man den haus wahrscheinlich nicht stehen bleibt und sei dank mein igne ist auf cool da ich habe es schlecht getimt er ruft ja gas du kannst vielleicht vielleicht schwächen monster zu beschwören indem du seine teile schädigst du wurdest markiert die jahr das werden jetzt schnurstracks auf dich zueilen also wen meint sie ja gute frage will ich bin es nicht ich glaube im altos wir haben einen notfall ja ich habe ein paar davon erledigt aber wir haben eine drachenseele ausgerüstet sieht schon cool aus voll unfassend irgendwie aber da stirbt einer hier sterben 2 ich bin noch in meiner kombo aber ich kann dann gleich ok ja ich trinke ja auch so ein bisschen der waldschrat zieht weiter verfolge ihn aber sei vorsichtig ich versuche ihn gleich mal mit rotkern abzuschließen das wird für ganz zwischen funktionieren also ja es wird sehr viel nutzen ja ich weiß nicht ob man ihn gegen die wand steuern kann ich selbst nicht probieren ich bezweifel dass du überhaupt an ihn dran hängst bezweifelig willst du irgendwie dran hängen ich meine das ist theoretisch ein zombie so lange nicht beißt ok das schien nicht funktioniert zu haben aber ich glaube daran liegen dass er wegtelematiert ist ja brenne also wenn er einen so richtig eingehen kann so wie das gerade eben dann ja gar nicht gewusst dass er das macht außerdem glaube ich man kann den vogelschwarm damit erledigen aber gleich doch nicht feuer das wurde mir auch das glaube ich ja das ist einmal schön wenn zwei leute freundschaft ok ja ja das hat mich gerade fokussiert obwohl ich ein schüchtern habe an dieses rumpf fuchteln von ihm wo ist er jetzt ich habe mir anvisiert das macht es und die wissen auch stimmt steuerung drücken oder war das steuerung oder alt das ging gerade bei mir es ist nicht alt der frist der schaden bis und geht nicht mehr er ist super tanky also der hat jetzt fast doppelt so viel leben wie der gegner den wir gerade erledigt haben denn wehmer es kann sogar also ich weiß nicht aber er könnte mehr leben haben als die meisten gegner die wir überhaupt noch vor uns haben inklusive 1 von man kann sich an den dranhängen ok groß genug ist er irgendwer schon aber ich bin ja ich bin auf geil aber der haut mich einfach runter das ist so ein surreales monster im vergleich zu dem was man sonst wie so schwer bekämpft ja das ist der waldschart ich reite auf ihn und haben sich die fähigkeiten des waldschwatz noch verstärkt der waldschart ist unterwegs weiter so aber halt die deckung oben schlafen sollte ich auch ich kann wieder essen ich bin nicht verstorben das heißt ja eigentlich ist es wurscht Das war viel größer als ich dachte Ich sehe euch alle nur fliegen Ja ich bin gerade nicht so gut dabei auszuweichen Ah toll er hat mich eingesperrt Ich habe gerade leider meinen Igni nicht, sorry Ich darf es Dann kann man es auch aufsprechen Ich habe keine Ahnung, ich habe beschlagen, aber es hat irgendwie nicht wirklich was gemacht Wo ist er? Ja Ah ok, doch dort an der Stelle wo ich diese komische Animation gesehen habe, aber später als ich dachte Teil euch mal alle Oh mein Gott Oh mein Gott Ich muss ihm was gegen seinen Vogelschwam machen Ah jetzt hört er mich Wir haben einen Notfall Ja gib mir einen Moment Das ist schon wieder weg Ach Mist Ah nicht gerade mit einem Maus, dass er gedrückt Holy smokes, ok wow er hat getrotzt Was, wieso, greift mein Charakter jetzt kaputt in die Hand Ein Jagras übrig lassen Ein Jagras übrig lassen Eine Meister, aber es sind auch viele Ja Ja Er kann keine neuen rufen, wenn noch einer da ist Sollte hier jedenfalls genauso gelten Ok, so wie es ausschaut, ich möchte euch heilen Er hat irgendwie einen Dot Ah mega Ich glaube nicht, aber er hat halt so viele Effekte Ja leider hat einfach so Schaden, obwohl nichts sich angreift Also ich würde es schon Dot nennen Wie hier Krähen sind das, die greifen dich an Pass auf Ja da war aber keiner Ich bin mir sicher, was macht der denn gerade Oh mein Gott, hallo Ne, das war heftig Sind das auch egal, wenn ich den Fall schlage einfach Obstell Da ist er Oh, hinter ihm seines Ah, hab's nicht geschafft Wäre besser gewesen Frag mich, ob der Final Fantasy Angriff Eben auch mir da geholfen hätte Haha, du kannst es probieren Ich spiel das jetzt Also die Letzte muss eingestellt Ich werde es in Iceborne die ganze Zeit benutzen Einfach random in die Luft Ihr gönnt dir ein Feuer An die Kapsel Großer Holzmann Ich würde ganz ehrlich sein, den Witcher kam der mir nicht so groß vor Ich glaube, die haben den extra ein bisschen größer gemacht mit man Naja, ist glaube ich drei Meter hoch oder so Oh Das ist echt nervig Das ist total nervig Hä, da kommen Felsen von oben runter, machen die im Damage Keine Ahnung Ich habe das halbe Gebiet irgendwie zerstört Zeit, dass wir mal wieder an seinen Kopf kommen Aber er will nicht Aber das ist aber eine gute Nachricht Also scheinbar ist bei dem nur das mit den Lebenspunkten das Schlimme Wir gehen die Tränke aus, aber was soll's Äh, ich meine, du kannst es wenig auffüllen gehen Ach so Ich habe immer noch die Hälfte, passt schon Ich meine Ich habe es mit meinen aus, drei Mega Tränke Ich meine, ich habe das Zeug dabei, oder? Ja, stellen wir einfach ein paar her Wenn ich Honig einsammle, crafte ich auch automatisch welche Sei vorsichtig! Ich sehe keinen Honig Ja, weil die Schleuderkapsel mit, damit ich wieder mehr davon habe Oh Leute, das sind nur drei Stücke, also gerade Ah, jetzt sehen wir wieder Mantel an, die habe ich die halbe Zeit vergessen Die Jagras werden jetzt schnurstracks auf dich zu eilen, also pass auf Ich habe ein Jagras-Problem Aber hast du noch den Skiller gekippt? Der hilft nicht Wir haben einen Notfall Er hat ein Problem Ich steuermal Und damit Der Gegner hat tatsächlich seinen Nutzen hier Das ist echt umständlich, wenn ich es nicht auf Quick Slot habe Oh mein Gott, ich habe das Gift krank Ah, wie nervig Bin hinter ihm Hat schon wieder jemanden eingekesselt? Ich kann gerade nicht Ja, wieder den, äh, Lofax-Typen Oh shit, er ist tot Äh, ich verliere gerade auch etwas mehr Leben als mir lieb ist, ich gehe mal Äh, okay, warte Das Gute ist, solange ich Schaden habe, wird meine Golf-Fähigkeit aktiviert Oh mein Gott, okay, ich habe Maxi krank, keine Sorge Äh, wenn ich darf Ich bin anscheinend durch den Heft gelaufen Ich habe anscheinend auch kein Gegenheft dabei Ja, da kann ich dir tatsächlich gerade auch nicht helfen Gut, mir leid Oh, oh, du wurdest markiert Die Jagas werden jetzt schnurstracks auf dich zueilen, also pass auf Na, scheinbar nicht mich, weil sie gerade weglaufen von mir Ja, sobald ich nicht mehr betäubt bin, greife ich mit an Mal schauen, wie viel Ignis hier macht Nicht so viel Oh, hör, na ja Mein Gott, ich sehe gar nichts mehr Zu viele Effekte Ich verbudel ihn gerade mit dem blauen Ach, du hast den Ist der denn besser als dein bisheriges Kinsekt? Ach, ne, dir ist das ja egal Er hat, glaube ich, keinen Bonus-Effekt, aber Ich finde ihn cool Oh, mitten in die Pfütze, jetzt bin ich auch gleich vergiftet Oh, doch nicht Ah, ja, sehen wir mal dem Mantel aus Kommt nur Müllbeeren, ich kann euch also leider, ich habe keine Giftkekse Das ist mir wieder IP aus, ja, mein Gift ist schon selber weggegangen Ich habe wieder was gebrochen, das ist gut Okay, ich benutze machtsam, haut drauf So Oh, das ist wirklich Ah, er ist nur weggegangen, ich dachte schon, er macht Wo, die hat sich wegzulperniert Wo, die hat sich wegzulperniert Oh, der hat sich wegzulperniert Ah, wenn man da ruht, kann man nicht Ah, ne, wenn man da ruht, kann man nicht Behe Yer Yeah, ich bin entschieden Und dann, wenn du in die Pfütze Der Waldschraat, ja der Waldschraat. Ne, ist abgehauen. Ah ne, er drückt da hinten auf. Er ist wieder zurück in das Gebiet gegangen. Da brauchst du es denn? Au. Ich wollte nicht reißen. Ich hab recht. Bombenkapseln sind auch scheinbar plötzlich. Nöt. War noch gar nicht so schwer. Ich glaub ich nur einmal gestorben, oder? Das war nur er. Ja. So einfach hab ich ihn nicht in Erinnerung. Ich hab Mutagele erhalten. Okay. Ja, wenn du Geralt Layered Armour haben möchtest. Ich glaub sonst gab's nichts Richtiges. Ich weiß nicht, ob Ciri und Geralt nur Layered waren oder auch als komplette Rüstung. Wahrscheinlich beides. Oder hatten wir 0 von 3 und mächtig, auch keine Ahnung. Ist egal. Aber wir haben überlebt. Auf jeden Fall. Gut, das ist ja, das ist ja ziemlich krass. Dann kann ich ja das Event-Questing eigentlich an der Warte, nee. Und das andere war keine Event-Quest, also kann ich noch eins davon nicht mehr haben, aber trotzdem. Ja, der Bemut wird schlimmer. Wir müssen den vermutlich trotzdem nochmal machen. Ich glaub nicht, dass du genug Loot hast. Würde mich aber freuen, wenn du genug Loot hast. Ich mein, ich weiß nicht mehr, was brauche ich denn Loot von ihm. Willst du das nicht craften? Was genau denn? Geralt und Ciri. Du kannst hier Skins von Geralt und Ciri craften. Also die normale Geralt-Rüstung, die konnte ich mit dem normalen auch craften. Ah, das war bereits genug. Ja, dann hat sich das erledigt. Dann war das nur für Layered. Ich weiß, dass die Waffe noch was von ihm braucht. Da werde ich wieder genau was machen können. Ja, würde mich freuen, wenn wir nicht nochmal machen müssen. Falls doch. Weil es ganz angenehm. So fiert jedenfalls. Sonst dauert es doppelt so lang. Wie wär's mal hierhin? Ich hab die kleine Monsterbeute-Züge erledigt. Oh, dann könnte das nur liegen. Komplette Rüstungssets. Geralt und jetzt neu, Ciri Alpha. Ich hab die davor noch gar nicht gesehen. Na gut, ökologische Forschung. Da hab ich auch weiter gemacht. Genau das. Ach so, warte mal. Ist das ein neuer Gegner in dem Ding? Waldschrat. Ah ja, das ist ein eigener. Hat aber, glaub ich, dieselben Werte. Gift ist weniger effektiv bei ihm. Oh, okay. Für ein Muttergegen kann ich entweder Giri, ist Giri Ciri sein oder Giri. Ja, Drop mehr beim Zerlegen. Boah, der normale Wahlschritt ja nur in den Schädel gedroppt hat. Beim Zerlegen. Ach so, sieht man das jetzt im Jäger. Ja, Dings. Ja, das ist nochmal ein eigener Eintrag. Oh. Ist quasi ein... Er ist nicht artstempert, weil er quasi ein neuer ist. Dann hatte ich den auch noch nicht. War aber auch nicht fürs Achievement relevant. Alles klar, Casanova? Ach, ja, gut. Ja, Muttergegen gibt's nur fürs Brechen. Da hab ich Spech gehabt. Und beim Zerlegen mit einer geringen Chance. Warte mal, das hab ich jetzt noch gar nicht geschaut. Frau... Hey, Partner. Hab ich noch Aufgaben? Nein. Ah, okay, okay. Also wir müssen den Behemorph noch mal machen, weil er jetzt noch mal eine eigene optionale Quest ist. Das zählt quasi separat. Der nicht-Athete? Ja, der normale. Toll. Ich weiß nicht, warum man sich das antun sollte. Außer meinen Haken dran zu setzen. Die haben das echt da nochmal reingehauen. Damit man's wiederholen kann halt, ja. Schön. Das ist für uns natürlich doof, weil du willst ja, dass da abgeschlossen daneben steht. Ja, ja. Ich weiß nicht. Aber darf ich noch zweimal schaffen? Machen wir noch was, oder? Solange es nichts schweres ist, ja. Also, für mich wäre es das dann so ein bisschen. Spät. Okay. Ich bin morgen wieder da. Ich hab den Sonntag jetzt nix vor. Okay, vielleicht ergibt sich so dann. Vielleicht auch Quarky, was statt ist. Gut, dann. Ich hab übrigens Morpher sieben, acht Mal gemacht. Hab auch... Ah ja. Dann haben wir den letzten Slime. Naja. Egal. Also, wenn du noch was zu zweit machen willst, hier... Boah, andererseits... Also, wirklich Lust hab ich eigentlich auch nicht mehr. Es fehlt doch nur noch Folge dem Saphir-Stern, optionale Quest. Dann ne ähnliche Event-Quest, bei der auch der Throninteressent war das. Hä, was? Was machst du? Ne, die haben wir gemacht, weil die war schon mit 50. Ja, ja. Hey, Partner. Okay. Ja, gute Jagd und äh... Ich will noch auf euch, ne? Bis dann. Ciao. Ciao. Okay, besondere Aufgaben sind... Also, im Endeffekt fehlt halt jetzt noch, äh... Der extreme Behemoth. Der normale Behemoth als optionale Quest. Und Saphir-Stern. Das sind die letzten Quests. Toll! Also, zwei von drei Sachen sind Behemoths. Ja, genau. Und das andere sind drei Tempered Elder Drinks. Genau. Ich glaub, für heute war's das. Gibt's ein Monster, das du farmen willst wegen Waffen oder so? Irgendwas Angenehmes, Einfaches? Wenn nicht, dann... Dann reicht's mir heute. Was Angenehmes, Einfaches? Äh, ich weiß nicht, ob das wirklich angenehm und einfach wird. Alles klar, Casanova? Ja, ich bin mir gerade selber noch nicht ganz sicher. Ähm... Gehen wir mal hier hoch. Dich hab ich, dich hab ich, dich, dich. Welche hab ich auch alle? Dich auch? Genau, den bauen wir ich so weit fertig. Aber warte mal, die sind ja gar nicht nach Bäumen sortiert. Du hast gefragt, soll ich noch meine Waffenbäume fertig machen, bevor wir in Iceborne gehen würden? Wann möchtest du mit Iceborne anfangen? Ja, eigentlich gar nicht. Weiß ich nicht, du wolltest ja erstmal ne Pause machen, hattest du gesagt. Ja, wir haben jetzt recht lang Pause gemacht. Also eigentlich... So langsam hätte ich schon Lust auf die Story, auf jeden Fall. Aber dieses ganze Drumherum und 100 Jahre lang irgendwas 20 mal farmen. Darauf habe ich keine Lust. Kann ich das jetzt eigentlich? Oh ja, das kann ich jetzt machen. Auf die 10-minütigen Wartezeiten zwischen Quests und Videos habe ich auch nicht so die Lust. Also, ja. Und das alles ein bisschen schneller gehen würde. Also, einen Nergie würden wir brauchen. Und ich würde den Arztemper Nergie machen, aber ich weiß nicht, ob du da Bock drauf hast. Er war, glaube ich, einer der einfachsten. Also, angenehmsten. Also, ja, meinetwegen. Von dem brauche ich ja, glaube ich, noch. Ja, genau. Hä? Okay, äh... Da muss ich jetzt erstmal meine Waffe schmieden. Ich würde sagen Schwert und Schild. Genau, schmiede ich mir jetzt die Geralt-Schwerter. Und ich hoffe, dass ich sie auch gleich upgraden kann. Sag mir nicht, ich habe nicht genug dafür. Das wäre echt schade. Okay, nee, das waren andere Knochen-Anteilen. Gut. Äh... Ausrüstung schmieden. Genau, die Waffe habe ich. Dann Rüstung. Würde ich jetzt einfach das Drachenreiter-Set nehmen. Ja, okay. Hat ja ordentliche Verteidigung. Keine Ahnung, was das sonst noch nützlich ist. Ähm... Ja, ich muss es jetzt noch verbessern. Damit es auch... Warte, was? Das geht nur auf 78 Verteidiger? Hä? Die anderen waren aber, glaube ich, höher. Na gut, egal. Bitte, was? Ah gut, die sind alle gelevelt. Gut. Waffe haben wir, Ausrüstung haben wir. Die brauche ich alle nicht. Verbessert habe ich. Augmentiert habe ich gerade. Warte. Also, eine Warte. Ich habe gerade nur verbessert. Ach so, deswegen ging das nicht so hoch. Ich meine, mein Gott. Ich kann tun. Ich muss ja erst augmentieren und dann verbessern, eigentlich. Ja, jetzt hat das 290 Defense, so wie sich das gehört. Gut. Äh, hat der Paliquo jetzt auch was Neues? Ja, warte mal, ist das ein Rüstungsset? Ah ja. Ja, gut, dann soll er das anziehen. Und dann kriegt er noch die Waffe. Also, mein Paliquo ist jetzt ein Moggy. Okay. Moggy. Oh, Stöpselwein. Schlinge machen wir hier rein. Und dann noch felsenfest, wenn ich es finde. Boah, wo ist denn das? Hala. Hier. Okay, Versammlungsstelle. Ähm. Ich beende meine Part, bewette nicht vergessen und ciao. Ciao.